An deinem Arbeitsplatz treffen drei Welten aufeinander. Du, deine Ablage und Outlook. Und dir ist klar, du musst dieses Universum irgendwie in den Griff kriegen. Wahrscheinlich hast du schon ein Organisationssystem für deine Ablage, eines für Outlook und du hast bereits einige Ratgeber über Zeitmanagement gelesen. Aber trotzdem stapeln sich auf deinem Schreibtisch immer mehr Papier und Post-its. Im Outlook drängeln sich E-Mails und Aufgaben und du fragst dich immer wieder, wie soll ich das alles schaffen? Hier ist die Lösung. Deinem Universum fehlt die Schwerkraft. Ein Organisationssystem für deinen gesamten Arbeitsplatz. Und dieses System habe ich für dich. Ich habe zahllose Organisationstechniken ausprobiert und die praktikabelsten so miteinander verzahnt, dass man so effizient wie möglich arbeiten kann. Ich komme zu dir und wir nehmen deinen kompletten Arbeitsplatz auseinander. Wir schaffen gemeinsam Strukturen, die dein Schreibtisch dauerhaft in Ordnung halten, Outlook zu einem verlässlichen Tool machen und dich effektiv arbeiten lassen. In zeitnahen Follow-up-Terminen überprüfen wir dann, welche Maßnahmen greifen und was wir optimieren müssen. Also, vereinbare ein kostenloses Probetraining unter strukturgeber.de oder ruf mich unter dieser Nummer an.